Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde Skat en Deux. Herzlich willkommen auch Eddy. Ja, guten Morgen Daniel. Das hört sich gut an und das hört sich so an, als ob wir direkt durchstarten. Ich mache hier mal einen Tisch auf in unserem üblichen Tarif. 3,5 Euro, 24 Spiele und da kann es auch schon losgehen. So, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hast du dir einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet. Das heißt, ich bin ein bisschen hinten dran. Ergebnisse findet ihr immer unten in der Beschreibung der Videos, falls euch die Zwischenstände interessieren. Ja, und damit würde ich sagen, gut Blatt. Gut Blatt. Das wäre schon mal was Nettes gewesen, aber darauf kannst du natürlich nicht die Reizung aufbauen. Das hier ist auch was Nettes. Das ist auch was Nettes. Zum Start mal ein zweifach offenes Spiel, was eine gewisse kraftstrotzende Stärke präsentiert. So, Null Augen bietest du mir an. Da guckt dir das an. Gleich wieder vier dagegen. Ist denn das die Möglichkeit? Gut, gut, genau. Vier dagegen und es wird immer noch recht spannend, ob schneiderfrei ob schneiderfrei possible ist. Moment. Da rein. Ich würde sagen, die Kreuz 10, wenn sie denn kommt, die müsste ich dann mal durchaus mit der Lusche stechen, ne? Ja, das erkennt der Daniel natürlich. Damit wir hier gleich nach dem Einspiel... ...noch mal Druck über die Herzdame machen können. Ja. Gut, ich mache einen auch nicht. Ich sage einfach mal... Du nimmst dann auch jedes Auge mit, ne? Absolut. Jedes Auge mit. Mitzählen ist morgen wieder. 90 Stück. Ja. Das war ein Qualitätsspiel. Ja. Zum warm werden. Das ist jetzt auch ein tatsächliches Qualitätsspiel geworden. Also ich hatte vorher schon einen sehr guten Ansatz. Herz ohne 2 und 2 mal offen. Ich will nur mal gucken, dass ich mich hier nicht verdrücke. So. 0. 2 mal offen. Ach, ein Nullover ist daraus geworden. Ja, den kann man... Ja, Peak 7, Peak 8 oder sowas in der Richtung waren zu finden. Oh ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Aus 7, Artur mit Fehlass ist geworden ein Nullover. Genau. Ui, Gegenreizung. Aha, jetzt ist ein bisschen Pfeffer gleich drin. Gut, gut, gut. Aber wie gesagt, ich bin ja ein bisschen hinten. Da muss ich also jetzt auch schon mal in jede Lerche reinmarschieren hier. Na gut, okay. Scheinbar ist deine Vorhand doch noch ein bisschen kräftiger. Ja, es wäre unangenehm gewesen, wenn du bei 45, 46 gewesen wärst. Da wäre es unangenehm geworden. Aber so sollte dieses Spiel jetzt tatsächlich kein Problem darstellen. Ach, wie schön. Ich wusste es. Ja, ich glaube, der Herzspäer wäre doch eine Ecke besser gewesen, oder nicht? Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Aber ich habe mir das bei der 33 irgendwie so vorgestellt, dass du mit einem Bauern eher herzfrei bist, anstatt Dings, was natürlich komplett wieder 24 Augen verschenkt natürlich, definitiv. Weil danach hätte man, wie man sieht, ja, einfach einen Bauern feinen lassen können. So hat Daniel 17. Ja, ich denke mal, Karo Dahme nehme ich dann noch mit. Und Karo Dahme mit Bauer und Kreuz Ass oder sowas in der Richtung. Ja, das war zu euphorisch. Und die HC Nimsgaard war zu euphorisch. So. Gut, jetzt schaffe ich es nicht zu passen. Sollst du ja auch nicht. Herz einmal offen. Ui, 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 der kam ganz schön schnell, der kam ganz schön schnell. So, was haben wir denn? Der kam ganz schön schnell. Sechsmal Trumpf, blanke Karo 10, Peak 10 bestellt, Kreuz Ass zu dritt. Naja, wirst du wahrscheinlich Standard gedrückt haben, so sieht es auch aus. Ja, 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 ja. Ja, machen wir mal. Peak fortsetzen kann kein Fehler sein. So, jetzt müssen wir mal kurz, achso, ja, mit dem Bauer stechen und Bauer-Bauer spielen, damit wir Trumpf König kriegen, muss eigentlich auf Dauer am attraktivsten sein. Frage ist 15, 17. Ja, in dem Fall ist es natürlich ein Vorteil, die Kartenverteilung zu kennen. Das wäre mit verdeckten Karten ein bisschen schwieriger, hier die richtige Einstichkarte zu identifizieren. Du wirst trotzdem Kreuz 8. Damit habe ich ja schon mal deine Kreuzdame auf jeden Fall mehr. So, 20 hatten wir gedrückt, haben wir gesagt, 22. 22, 22, zack, zack, zack. Daniel hat 30. Ja, ist halt zu stark. Und macht noch einen schönen Kreuzstich. Daniel hat 30 und macht noch einen Kreuzstich. Schön, ne? Was man so alles macht hier. Ja. Ja, hier, guck mal, Karo. Da kommt es ja nie drauf. Guck mal, Karo. Guck mal, Karo. Jetzt könnte ich ja sogar Kreuz Lusche spielen, dann wirst du deinen Karo Ass nicht mehr nach Hause bekommen. Aber dazu habe ich gar keine Lust. Ja, natürlich wäre sauberer Herzkönig zurück. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist auch nicht so richtig zielführend. Nö, ich denke, mit 20 zu dritt, äh, mit 20 gedrückt ist dieses Spiel gar nicht so schlecht. Oh, Daniel hat lange überlegt. Ich tippe, Daniel hat lange überlegt, falls er überhaupt lange überlegt hat. Ja, schöne Ansätze. Eieiei, da war er wieder. Den schaffe ich wieder nicht zu passen. Ja, ist doch gut. Ich würde mich freuen, wenn ich auch mal einen nicht schaffen würde zu passen, aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir tatsächlich gut nicht. Hm. Geschlossen. Ja, und dann wieder eine Traum-Trumpf-Verteilung. Der Geschichte fällt mir ein. Ohne Trumpfstich hast du keine Chance. Äh, vielleicht. Herz mal zwei, Kreuz mal zwei. Hättest du auch eine 10 oben halten können. Ich vermute mal, du hast sie beide unten, aber... Gut, ist auch. Hast du so schnell schon vermutet? Ja, vermute ich einfach mal, weil das ist natürlich die einfachste Erklärung für deine Euphorie. Also ziehen wir auch mal. Ist ja so. Ach so, ja, ja, ja. Ich verrate schon wieder zu viel wegen meiner Euphorie. In dem Spiel ist es doch wirklich wieder alles ganz banal. Es steht ja nun wirklich, braver geht es ja wirklich nicht. So, wahrscheinlich. Was haben wir denn? Ich glaube, das ist die beste Fortsetzung hier. Machen wir jetzt noch die drei Augen? Oder hast du doch Herr 10 oben? Nö, nee. Ja, ja. Ich habe so gedrückt, wie du es korrekt analysiert hast. So. Mit 14 unten kann man dem als Krank doppelt offen spielen, denn wenn wir die Karo-Dame bekommen, also wenn nicht Karo zu viert stehen, kommen wir schon auf jeden Fall auf 61. Buben zusammen, alles andere interessiert mich dann in dem Moment schon gar nicht mehr. Ja, 61 sind ausgezählt. Buben zusammen und interessant wäre noch zu wissen, ob es überhaupt möglich wäre. Ja, ob es eine Verteilung gibt, wo ich tatsächlich nicht diese eine Dame bekomme. Ist mir jetzt auch zu mühselig, das jetzt hier im laufenden Spiel noch mit zu berücksichtigen. Die Coins spare ich mir gleich mal für die nächste Verteilung, die vielleicht dann wieder interessanter wird. Guck mal, jetzt könnte ich es, ist egal. Ich könnte zwar auch noch Pik oder Herz rausschubsen, aber das ändert alles nichts. 61, alles korrekt analysiert. 21, 42, 60, 60. Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Wollen wir das Risiko eingehen? Nee, wir können ja gleich immer noch doppelt offen spielen. Ja, jetzt habe ich mich, habe ich mich jetzt über verbessert. Jetzt ist er unverlierbar. Schwupp. Jetzt ist er unverlierbar, ja. Okay. Ja, vorher hätte ich neben den beiden blanken, dunklen Luschen noch einen Karo König im Blatt. Und da können natürlich dann auch noch mal 18 fallen, wenn es mal ganz dusselig läuft. Wäre auch nicht passiert. Kreuz, Ass und Zehn sitzen ja in einer Hand. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu steil, die sicheren Punkte aufzugeben. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ei, ei, ei. Grenzwertig. Grenzwertig. Im Lauf, drauf oder wie sagt man? Genau. Schöner Spruch, ne? Beim Skat, ne? Dazu hast du mich letztes Mal gefragt, ob ich an Läufe glaube. Glaubst du denn eigentlich an Läufe? Naja, man weiß natürlich, dass es Phasen gibt, wo viele Spiele hintereinander kommen. Aber ich würde nicht mein Reizverhalten von einem sogenannten Lauf abhängig machen. Denn ein Lauf geht ja niemals schneller vorbei, als wenn du mit einer schwachen Karte reizst, die du in einer anderen Stellung vielleicht auch nicht gereizt hättest, die du dann verlierst. Also daran glaube ich zumindest nicht. So, wir spielen mal ein geschlossenes Herzilein und halten uns noch ganz bedeckt mit einer Trumpflusche. Oh, den habe ich aber gut getroffen, muss ich sagen. Trumpflusche war ein schöner Aufschlag. Den hast du sehr gut getroffen. So. Tja. Karo steht auch. Trump steht zu viert, aber das ist dank des blanken Pik-Boom glaube ich gar nicht mein Hauptproblem. Erstmal holen wir uns den blanken Pik-König ab. Ach, den hast du gar nicht oben. Den habe ich diesmal nicht oben. Ist es denn jetzt eigentlich, du machst ja da... Kreuz machst du ja auch noch 14. So haben wir schon mal den vollen, ne? Ist eigentlich glaube ich egal. Ich habe genug... Was habe ich denn da gedrückt? Na, hier komm, nimm den. Ist egal. Ich glaube, das ist egal. Da müssen wir natürlich was Kleines hier stechen, nachkommen. Können wir auch direkt so rumspielen. Gleich unseren König hier mal itabieren. Sollte, sollte man wahrscheinlich so machen. Ja, einmal von unten wäre sicher auch möglich gewesen. Jetzt gibt es noch einen... Ja, ja, einmal von unten wäre auch möglich gewesen. Da gibt es noch einen fetten Stich und dann haben wir das Spiel ganz souverän gewonnen. Aber schon wichtig, dass da die Bilder, ja, dass die Bilder gedrückt waren. Also das, gut, 14 Augen sind trotzdem gefallen, aber ein weiteres Bild hätte in den Stich auch nicht reingedurft. So, was haben wir denn hier? Im Lauf, ne? Im Lauf, im Lauf, im Lauf machen wir ein Kreuzeimer offen. Das ist schon wieder suboptimal. Ja. Alles steht rund, alles sieht komplett rund aus. 15, 19, noch ein Trumpfstich mit einem meiner zwei vollen Spiel. Einfach gewonnen. Mal gucken, was Daniel dazu sagt. Ja, ich denke, da würde ich mit einverstanden. Zwei Stiche noch ein. Zweiten Trumpfstich kannst du tauchen, dann auf den zweiten Buben schmieren. Wir können auch, komm, wir spielen einfach. Ach so. Sorry, ich glaube, jetzt habe ich es schon akzeptiert. Alles gut, alles gut, alles gut. So, wir halten uns nochmal bedeckt. Ja, ich kann mich... Wir halten uns nochmal bedeckt. Ich kann mich hier inzwischen nicht mehr zurückhalten. So, jetzt ist der Weg. Wenn ich gerade auf irgendein Spiel ausgelassen habe, was den Lauf gedreht hat. Nein, ich glaube nicht. Peak zweimal offen. Oh, das wäre in Vorhand auch ein anderes Spiel gewesen. Wir bleiben seriös. Auch so habe ich kurz nachgedacht. Peak zweimal offen Schneider sind mit zwei Spiel drei offen, vier offen, fünf Schneider, sechs sind 66. Krang mit zwei Spiel drei offen, vier offen, fünf Schneider, sechs. Was es jetzt tatsächlich auch gewesen wäre. An der Stelle können wir direkt abkürzen. Ja, mehr gibt es denn. Oder auch mal Zeit, würde ich sagen, ne? Oder auch mal Zeit, ja. Wir wollen ja nicht, dass die Geschichte hier einseitig und vorzeitig schon sich irgendwie entscheidet. Das wollen wir nicht, ne. So. Das ist wirklich so diese. Hört sich gut an. Ich kann ja mal, damit es eine bessere Chance gibt, langsam hier nochmal die Glocke schon mal ins Bild holen. Bereitstellen. Die hatte ich nämlich irgendwie schon wieder oben stehen gelassen. Und jetzt seht ihr das hier. Wir sind jetzt auch bereit für das erste Beach-Spiel. Jetzt oder im Laufe der Serie noch. Ja. Luxusprobleme oder echte Sorgen, Eddie? Doch, wir spielen jetzt, glaube ich, schon die achte Serie. Du weißt doch, dass ich bei Luxus-Problemen, die hätte ich schon angesagt. So, die hättest du schon registriert. Von meinen Telts. Ne, Luxus-Probleme sind das jetzt nicht. Das Schlimme ist, ich habe eigentlich, ich habe eigentlich eine gute Karte gefunden. Die aber vielleicht auch gar nicht gut genug war. Okay. Geschlossenes Herz. Mit Speer-Attacke. Okay. Sechs zum Kreuz-Ass. Und dann noch dreimal. Der Speer war gar nicht so schlecht, aber... Dreimal was an der Seite. Vermutlich natürlich Kreuz-Lusche gedrückt, wenn der Speer kommt. Trump steht natürlich sehr glücklich für dich, muss man sagen. Und wenn du jetzt die beiden, also den Kreuz und die Karo-Lusche gedrückt hast, ganz normal, dann sieht das natürlich für dich gut aus hier. Wie gut sieht denn das eigentlich aus? 13. Pik 10 kannst du mir vorsetzen, dafür muss ich laufen lassen. 27, 57 kriege ich dann. 57 kriegt die Pik-Lusche nicht weg. Ja, wieso solltest du den anders gedrückt haben? Wieso sollte ich den anders gedrückt haben und dann das nicht-blanke Kreuz-Ass ausgespielt haben? Aber ich könnte ja auch auf die Idee gekommen sein, Pik 14 zu drücken oder Pik 10 und Kreuz 9 und eine blanke Karo zum Verwirren. Ja, aber das Spiel ist, glaube ich, dann doch zu stark mit... Ja, ja. Zu stark. Ich glaube auch, dass das Spiel wieder gut stand. Du hast keinen Trumpf vollen. Ja, ich bin natürlich nur noch mal kurz am Überlegen, bringt das irgendwas jetzt Pik-Ass? Lusche-Lusche, 24, Dame, König 10, 41 und dann brauchen wir noch ein 21er in Kreuz oder ein Karo. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Chance, dass Pik 10 unten ist als Verwirrungsgeschichte. Lass mich kurz durchrechnen. Ich spiele Karo. Du hast normal gedrückt. Stech, Trumpfabzug, Pik 10 vor. Okay, wir machen es jetzt mal, damit du dir die Variante machen musst. Ja, dann kommen wir gleich auf 57, wenn ich es richtig gesehen hatte. Na gut. Spielen wir doch mal. Spielen wir mal. Zeigen wir mal, wo die... Herzkönig. Wo die 57 herkommen. Ich glaube, ich hätte auch Pik-Lusche spielen können, aber... Pik-Lusche. 57, da war ich aber auch wieder sehr optimistisch. Wo habe ich denn da noch die sechs Augen hergenommen? Nee, ohne Abwurf, Pik-Lusche ging es nicht. Gut. Manchmal Kleinigkeiten. Trumpf einen anders, aber bei wem erzähle ich das? Wie erzähle ich das schon, steht so ein Ding auf Verlust? Ach, ja. So. Ich muss ganz ehrlich jetzt mal sagen... Ich spiele jetzt einfach mal ein wirklich offensives Spiel. Aldi, weil Daniel sowieso darauf spielen wird, dass ich den so gedrückt habe. Und, ähm... Ja. Dann nimmst du die 24 Punkte mit. Du meinst, offensiv ist... Ach. In dem Fall... Wunder mich, du bringst doch sonst sehr auf den Speer. In dem Fall hätte man ihn auch spielen können. Dann hättest du das Trumpf Ass gesehen. Aber nützen mir denn diese fünf Trümpfe was? Nützen die mir irgendwas? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Vier volle machst du auf jeden Fall. Trumpf 10, die drei Asse. Und Pik 10 kriegst du auch. Also machst du fünf volle. Gedrückt ist Pikdame und Herzdame. Ja, mit anderen Worten. Es sieht erstmal optisch stark dagegen aus. Aber aus genannten... Wie viel volle mache ich? Hast du gesagt? Na, fünf volle. Fünf volle, ja, ja. Ich hätte... Plus sechs Augen gedrückt. Plus drei Asse, Kreuz Bube. Mit anderen Worten, wir können hier machen, was wir wollen. Natürlich können wir das mal eben ausspielen. Aber da passiert gar nichts. Das ist ja auch kein schlechtes Spiel. Der kam zweimal offen. Wäre wahrscheinlich auch relativ locker gegangen. Ja, das heißt relativ locker. So, jetzt gibt es hier mehrere Varianten. Wir spielen Variante Pik Ass. Variante Karo Bube. Variante Karo Bube. Dann kannst du, wenn ich den mitnehme, sogar noch dich auf mal auf die... Könnte dich noch ein bisschen kitzeln, ob ich deine Karo 10 A... Das lässt dir nicht zu. Jetzt muss ich dann doch drauf spielen, meine 510 und deine Pik 10 zu bekommen. Ja, auch das natürlich nicht zu verhindern. Wir können mal einmal hier den Zwischenzug machen. Vielleicht nimmt er die ja mit. Da kommt er nie drauf. Oh doch, schade, er hat es gesehen. So, stechen. Fordern. Und gewonnen. Ja, so. Komm auf, drauf. Na, dann mach. Wie ist denn der Stand eigentlich gerade? Ah, du bist wieder am... Du bist am Aufholen wieder. Du bist schon wieder fast dran. Ich bin zu passiv. Ich bin zu passiv. Du meinst bei der Ansage. Du willst jetzt doch wieder mehr, als du erst wolltest. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich hoffe mal, dass diese 10 Augen vielleicht gut angelegt sind. Mal gucken. Für die einfache Öffnung. Also trumpfstark, wie es mir scheinen mag. Trumpfstark scheint mir das Spiel zu sein. Ja, ja, sieben Trumpf mit rein. Und nichts ist los. Nichts ist los. Moment, Moment, doch. Ich glaube, Schneider ist los. Ich glaube, Schneider ist los. Das wollte ich damit noch nicht ausschließen. Du kannst mich schön in den Peak anspielen. Und dann kann ich nicht mal 21 setzen. Ich arme Wurst. Ich wollte damit sagen... So habe ich die 10 Punkte doch wieder eingespielt. Ach nee, Quatsch. Die hätte ich ja auch gehabt, wenn ich zweimal offen gespielt hätte. Obwohl. Ja. So. 15 und 15. 30. Jawohl. Waren gerobbt. Waren gerobbt. Das war eh klar. Man sollten wir diesen Brand mal brechen. Dass man der, der eröffnet, nicht gewinnt. Das letzte Spiel entscheidet. Was brauche ich denn für ein Spiel überhaupt, Daniel? Das sind 63 Punkte. Da reicht jedes. Jedes Spiel reicht. Aber diese 3 Euro, beziehungsweise die 6 Euro, die werde ich natürlich auch mit Klauen und Zehen verteidigen. Das ist doch klar. Das ist ganz klar. Du hast die Vorhand. Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil in diesem Szenario. Denn ich muss mich jetzt hier entscheiden, ob das 18 sind. Es sind immer keine 18. Übrigens, den Vortrag vor 40 Jahren hätte ich denen auch noch geglaubt. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob das 18 sind. Der Einzige, der sich entscheiden muss, ob das 18 sind, bin ich jetzt. Ja, es geht um 3 Euro. Aber diese 3 Euro sind ja irgendwie... Natürlich geht es hier, da haben wir einen kleinen Einsatz mitgenommen. Aber das ist natürlich nicht die Hauptmotivation in unserem Battle. Also es wäre schon schade, wenn du dir jetzt ein Ei ins Nest legst. Wobei, hier, Glocki hat heute noch keine Arbeit gehabt. So kenne ich den gar nicht. So kenne ich den gar nicht, dass der mich... Dass ich dich so zu provozieren versuche? Nein, nein, du willst mich ja nicht provozieren. Du willst mich höchstens verunsichern, würde ich das eher nennen. Aber es gibt eigentlich nicht viel zu verunsichern. Oh, ich habe gerade einen sehr guten Skat. Einen sehr guten 14 Augen müssten liegen. Wenn 14 Augen liegen, habe ich auf jeden Fall einen, wenn die richtigen 14 liegen. Du hast gerade eine Vision, meinst du, was drin liegen könnte, oder wie? Ja, ja, ja. Zwei ganz schlechte Karten. Also ich sage, es ist ja jetzt nicht zu viel verraten. Und in Spiel 1 wäre der Weg-Button schon lange gedrückt gewesen. Herz und Pik 7 oder Pik und Karo 7. Das wären zwei sehr gute Skats. So, entscheiden Sie sich, Jogamann. Ja. Ach komm, ich glaube, ich gönne dir das. Aber nicht lamentieren, wenn gleich zwei Bauern drin liegen. Kreuz-Bube-Pik 10 wäre auch ein sehr guter Skat. Kreuz-Bube-Karo-Ass. Kreuz-Bube und eine... Ah! Nein, komm. Pik 7 und 8. Hast du wieder alles richtig gemacht, oder wie? Naja, ich hätte jetzt tatsächlich eine gute Gewinnchance gehabt. Ich glaube, ich hätte 0 mit Karo 8 und 10 spielen müssen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, sowas in der Richtung. Naja. Ja, okay. Auf jeden Fall erstmal Glückwunsch. Wenigstens ist es diesmal, glaube ich, war es eine der knappsten Listen. Ja, zwischendrin hatte ich ehrlich gesagt gehofft, dass ich hier ein bisschen mehr Punkte wieder, ein bisschen mehr Boden wieder gut machen kann. Aber du bist natürlich nochmal zurückgekommen. Knapper Sieg, immerhin. 63 Punkte plus auf meinem Zettelchen. Ja, und dann würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Serie. Danke, Eddie. Danke, Daniel. Bis bald. Tschüss. Danke, dich nach oben. Vielen Dank.